Machen wir weiter mit den Star Wars Newspaper Strips. Dieses Mal mit der Story Die Konstantia-Affäre, geschrieben von Russ Manning. Diese Geschichte hat erneut diese Rahmenhandlung, dass C-3PO dem Rebellen-Supercomputer Mistress Manamos von einem Abenteuer erzählt. Und in diesem Fall ist das die Konstantia-Affäre. Luke, Leia, die Droiden kommen zu diesem Planeten namens Konstantia. Und sie werden auch unterstützt vom Millennium-Falken mit Han, Chewbacca und einer Frau namens Gaila Petro. Ihre Hintergrundstory wird hier noch nicht erwähnt, wer sie ist, warum sie da ist. Das passiert in der nächsten Story, aus irgendeinem Grund. Aber gemeinsam wollen die Rebellen diesem Planeten Konstantia helfen. Denn das Imperium will da die Kontrolle übernehmen, denn die einheimische Spezies ist auf natürliche Weise telepathisch. Also es ist nicht wirklich die Macht, es ist einfach eine angeborene Fähigkeit für diese Leute. Und am Ende wird der Tag natürlich gerettet, blablabla, alles gut. Es ist eine solide Story, es ist völlig in Ordnung, aber jetzt nichts allzu Besonderes. Ich würde die Story dennoch empfehlen, aber es kommen definitiv noch stärkere Storys in dieser Reihe. Zum Beispiel die nächste schon. Die Kashyyyk-Tiefen. Und darüber reden wir nächstes Mal. Die Kashyyyk-Tiefen.